Hallo, eine neue Andacht steht an. Gott möge euch alle segnen beim Hören und Zuschauen und möglicherweise auch beim anschließenden Vertiefen. Heute heißt die Überschrift Ich bin zu jung. Also das bezieht sich jetzt nicht auf mich. Bei mir könnte es vielleicht heißen, ich bin zu alt. Aber lassen wir das weg. Ich bin zu jung. Jeremia 1, Vers 6. Ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, denn ich bin noch zu jung. Gerade hatte der Herr dem jungen Jeremia gesagt, dass er ihn im Mutterleib gebildet und ihn schon vor seiner Geburt ausgesondert und zugerüstet hatte. Aber dennoch antwortete der junge Mann seinem Gott auf ziemlich unpassende Weise. Ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden. Gott hatte in seinen Propheten alles investiert, alle Voraussetzungen geschaffen, aber der Jünger streikte. Er blockte ab mit einer faulen Ausrede. Genau dazu neigen wir Christen auch heute oft. Wir wissen wohl, dass Gott auch uns schon im Mutterleib wunderbar bereitet hat, dass er uns auserwählt hat, ihm zu dienen und Frucht für ihn zu bringen. Wir preisen den Herrn auch dafür und singen gerne das Lied. Lobe den Herrn, der künstlich und feindlich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet, der deinen Stand sichtbar gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Aber wenn der Herr uns dann entsprechend seiner herrlichen Segnungen an eine Aufgabe stellt, haben wir Einwände und sagen, ich kann mit meinem Nachbarn nicht über Jesus sprechen, denn ich kann nicht gut reden. Ich kann meinem Verwandten nicht schreiben, denn ich kann mich nicht so gut ausdrücken. Den Armen helfen geht auch nicht, denn ich habe ja selbst so wenig. Ich bin zu jung, ich bin zu alt, zu krank, zu unbegabt. So lauten die Ausreden. Die einen sagen, ich habe einen Acker gekauft, die anderen fünf Joch Ochsen und noch andere. Ich habe eine Frau genommen. Und dabei hat der Herr doch alle seine Kinder so wunderbar gemacht und sie gesegnet, reich gesegnet. Er hat im Mutterleib nicht nur unser natürliches, sondern bereits auch unser geistliches Leben geformt. Die Bibel sagt, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So wie bei Jeremia hat Gott auch für uns die Werke zuvor bereitet, in denen wir uns einmal bewegen werden. Er hat unseren Dienst schon im Mutterleib vorgeformt, damit wir ihm später auch sehr gut entsprechen können. Willst du vor diesem erhellenden Hintergrund immer noch sagen, Herr, ich kann nicht? Nein, sondern du wirst sagen, Herr, wenn ich auch viel Schwachheit fühle, weiß ich doch, dass du mich im Mutterleib ausgesondert und so wunderbar bereitet hast, dass ich dir folgen und dir auch von Herzen dienen kann. Darum, Herr, hier bin ich. Sende mich. Mit diesem Gebet im Herzen wirke da, wo Gott dich hinstellt und tue mit Freuden den Dienst, den er dir vor die Füße legt. Denn von Mutterleib an hat er dich dafür zugerüstet und dir Kraft dazu gegeben. Also, auf geht's im Namen deines Herrn und Erlösers. Ich bete für euch.